Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man and Bess. Und ja, wir befinden uns immer noch in diesem Bildschirm. Wir haben immer noch nicht diese neue Stage betreten, weil ich hab ja jetzt hier immer noch zwei Stages, in denen ich CDs suchen muss. Ja. Und eine, in der ich es schnell holen kann. Oh mein Gott, zehn CDs sind hier noch drin, ne? Und es ist ja die Scrolling-Passage, stimmt ja. Und ich hab mich vergessen, im Skype-Buff beschäftigt zu stellen. Moment. Okay. Also hier kann ja eigentlich kein Rush-Search-Zeug sein, weil, ich meine, nach Bowling-Passage, der Typ ist doch viel zu lang dafür. Nein! Naja, ich hab das Leben immerhin gekriegt. Nein! Lass mich los! Toll, jetzt bin ich doch tot. Lass mich los! Toll, jetzt bin ich doch tot. Ich hasse diese Wolken. Fucking nervig. Tödlich. Das war... Wow. Oh mein Gott, ernsthaft? Beeil dich! Oh, okay. Das ist eh das Ende der Scrolling-Passage. Gut. Oh Mensch, kommt der wieder? Ja. Okay. Warte mal. Wow! Wo? Aber da ist ne... Treppe. Äh... Leiter. War ich hier oben schon? Oben ist auf jeden Fall schon mal ein Secret. Man! Alter! Stirb! Ja, ich glaub ich war schon mal hier. So... So... War das doch grad ne CD? Oh. Ja, das ist voll nett zu dir. Ouch. Bin ich wieder am Anfang? Scheinst du, ne? Aha, da ist auch eine. Aha! Die hab ich auch gekriegt. Okay, hier ist unten ist auch was versteckt. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich bin hier der Meister des, äh... CD-Suchens gerade. So... Wie viel fehlen mir noch? Äh, okay. Ich hab nichts gesagt. Es sind nur noch fünf. Ach ja. Okay. Tötet mich mal. Ich will mal wissen, was da noch oben wäre. Ernsthaft? Ich will jetzt... Ach komm, endlich. Es hat ja auch gedauert. Nein! Kann ich noch zurück? Nein! Okay, ich muss die Station nochmal machen. Das ist wahrscheinlich... ... 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 Ach ja, das war ja D-Stage. I remember. So. Vielen Dank. So, noch vier CDs. Wir nähern uns mal wieder der Grenze, wo die CDs weniger werden. Ich finde, weil ich vorstelle, dass in dem Bonus-Weg noch was ist. Nein! Nein! Ja, stimmt ja. Hört ihr halt einfach auf. So. So viele Tallys. Wieso spawnen so viele? Stirb. Ach, dann nicht. Dann halt nicht. So. Ist auch nichts. Da ist noch was. Aber das ist doch schon der Boss, ne? So. 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 Es ist nicht gültig, zu verzweifeln, dass ich keine CDs mehr finde. Ja, deswegen hasse ich diese Stelle, wenn man halt nicht sieht, wo die Planung kommt. Nein! Aber weil er verfehlt hat. Ich frage mich, wie viele Leute mir schon geschrieben haben, wie stur ich doch bin, dass ich einfach nicht... ...einfach mal die Items aus dem Shop kaufe, weil es mir so viel einfacher sein würde oder so. Keine Ahnung. Das ist schon der Raum. Also ich frage mich echt, ob ich hier was übersehen habe, weil der Raum ist schon ziemlich groß. Aber... ...ich kann es mir fast gar nicht vorstellen. Wo soll denn hier noch was sein? Also es gibt hier zum Beispiel eine versteckte Leiter oder so. Die man nicht sieht. Wie in der einen Stage. Ich habe keine Ahnung, zum Beispiel hier irgendwie, dass ich jetzt nach oben leiten kann oder so. Ich habe mir gedacht, dass es hier noch irgendwo eine gibt. Aber da bin ich doch jetzt schon. Ne, da ist auch noch einer. Da! Da komme ich nie und nimmer ran. Oh... Also das ist auch eine CD, die ich einfach nicht erreichen kann. Es muss noch was geben. Es muss... Ah, eigentlich habe ich ja gesehen, dass hier nichts mehr ist, also kann ich auch escape diesmal. So, da klappt noch Magic Man. Okay, jetzt beginne ich schon mal gleich mit einer Stelle, wo ich was machen kann. So, gut, und hol, wie viele fehlen noch? Zehn weitere CDs, äh, elf CDs waren noch in der Stelle versteckt. Na super. Und hier kommen wieder diese hässlichen Scheißroboter, von denen ich mich nicht erwischen lassen darf. Okay, wir werfen Energies voll. Och, ja, stimmt ja. Ich erinnere mich an diesen Kack. Oh, das war ja mit einer der schlimmsten Stages. Die sind scheiß Eisenbahnen, ey. Oh, nee. Nein! Gott. Gott. Ah, nicht hier. Weg, bloß weg hier, bloß weg hier. Jetzt 않 sleepy. Tops hier weg. Ich kann jetzt diese Käuzeuge haben, ja, nicht hier weg. Ey, muss ich hier wegzNEY! Oh, wohl wird erst ganz wahr. fiveci, dass es hier nicht passiert, denn meine Eltern sogar erst! Also, ich笑te es da08 einfach höher. Auf der Zeit Was? Hat der es gerade gesehen? Das geht nicht mal! Oh nein, ey! Was soll das? Das geht nicht mal! Scheiße! Ich hasse es! Okay, diese CD ist eine CD der Hölle. Kannst du vergessen erstmal. Wir gucken uns erstmal noch andere CDs an. Ich will sie haben. Ich weiß, dass ich sie kriegen kann mit dem Eis. Nein! Okay, ich kann sie nicht kriegen mit dem Eis wahrscheinlich. Das ist einfach viel zu knapp. Und die Gegner stören halt nochmal zusätzlich. Okay, gut. Ich geb's auf. Ich geb's definitiv jetzt auf. Es muss noch eine Flugfähigkeit geben, irgendwas. Weil sonst würde es keinen Sinn ergeben. An manchen CDs kommt man sonst nicht ran. Und ich denke mal mit der Flugfähigkeit komme ich auch an diese CD hier ran. Ich kann mir nicht erzählen, dass man alles mit Eis machen kann. Wie skillig muss man da bitte sein? Okay, hier ist also was versteckt. Das ist schon mal schön zu wissen. Wasch-Search. Äh, das war nicht die CD, oder? Die CD dann immer wieder. Komm schon, da wird die CD raus. Und damit jetzt mich immer im Mikrofon... Danke, geht doch. Ich wollte schon sagen... Von dir verarschen lassen möchte ich mich nicht, äh, warsch. Okay. Okay. Ah, stimmt ja. Der Keksbär. Oh man, er hat nicht mal die Position geändert. Da oben ist was. Da unten ist was. Wie ich da unten rankomme, ist mir schon, denke ich, mal so klar. So, Grab vernünftig. Aha. Die habe ich gekriegt. Ist mir egal. Ich habe sie ohne Spike-Schutz gekriegt. Das ist mir das Wichtigste. So. Wie viele fehlen denn jetzt noch? Zu viele. Ich weiß, aber sieben. Eine weiß ich, wo sie ist. Heißt, sechs kann ich eventuell noch finden. Hm. Das ist ein richtiges Reageant. Nein, das geht viel mehr auf den Sack. So. Oh, jetzt geht das ja los. Oh, aber hier muss was sein. Ist nichts? Oh, aber hier muss was sein. Und den müsste erinnern ich mir nur zu gut. Okay, hier. Ist anscheinend was. Natürlich. Man muss das natürlich genau machen, das... Es ist das Falsche gewesen. Oh, wasch du behinderte Kacktöhle. Jetzt muss ich mich wegen die umbringen. Und die machen nur einen Schaden. Ha, 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 ha. Okay, die machen mehr. Meine Fresse, ist der dumm der Köter. Oh, scheiße. Und wie weit ich zurückgefallen bin. Ja, trifft mich halt tausendmal, ich will sie jetzt mal einfach das Show erledigen. Es ist ja sonst kaum möglich, wenn man ihn nicht vernünftig besägt. Okay. Arschloch. Jetzt geht dieser Rauch wieder los. Arschloch. 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 Wasch, Surge! Beeil dich! Ich hasse dich, du blöder Köter. Na, geht doch. So. Okay, das Timing ist scheiße. Das Timing war ebenfalls scheiße. Mann! Das ist nicht euer Ernst. Wie beschissen ist das Timing, bitte? Ja. Flugfähigkeit. Es muss eine geben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Warte mal. Ich kann es mir nicht vorstellen. Oh, Mann. Ich habe keinen Bock zu warten. Warten ist das Dämlichste, was man in einem Spiel machen kann. Warten ist das Dämlichste, was man in einem Spiel machen kann. Und damit meine ich nicht, dass das Dämmste ist, was der Spieler machen kann. Sondern das Dämmste, was der Entwickler machen kann. Wieso baut man Wartepassagen ein? Wieso baut man Wartepassagen ein? Das unterspricht den kompletten Spielfluss. Was? Ist das jetzt echter Boss? Wo sollen die ganzen CDs sein? Ernsthaft? Zwei wüsste ich noch. Zwei! Und es waren, keine Ahnung, noch vier weitere, die versteckt sind? Wollt ihr mich verarschen? Oh, Mann. Dummerweise schaue ich jetzt mal noch hier rein. Okay. Prägt es mir nichts. Mit Sternen... Eine CD möchte ich noch schnell holen. Eine CD möchte ich noch schnell holen. ... 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 Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Wie viele CDs fehlen eigentlich in der Stage? Drei. Eine weiß ich noch. Toll. Das ist zwar nett, aber nicht genau das, was ich brauche. Ah, so ist es besser. So, naja, von mir aus ist es recht. CD. Wunderbar. Damit ist jetzt nur noch eine CD komplett unbekannt für mich. Ja, das kann man nicht mit dem Eis schaffen. Das ist so dumm. So. Okay. Save. Gut. Das war's von dieser Aufnahme für... Oh, sei... Ich guck noch mal die Database. Wie viel hab ich denn jetzt? 81. Okay. Was ist das denn? Snakeman ist ausgegraut. Wahrscheinlich, wie ich ihn mir mal angeguckt hab. So. Äh, mal überlegen. Hier fehlen mir noch etwa vier... Zwei... Ich weiß nicht, ob die alle in dieser Stage sind oder ob es hier auch noch welche gibt. Auf jeden Fall! Du brauchst das von dieser Folge. Und, ähm... Schreibt mir mal bitte, ob... Ich nach dieser Stage hier nochmal rauskomme. Und dann vielleicht... Ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach... Ich muss doch einfach eine Flugfähigkeit geben. Ich hab keine Ahnung, wie ich sonst noch an irgendwas rankommen soll. Ja, und bei manchen Stages, da hab ich ja nun gar keinen Plan, wo ich noch was finden soll. Vielleicht guck ich dann mal noch nach versteckten Wänden oder so. Mal gucken. Ähm... Auf jeden Fall. Ich denke mal... Wenn jetzt nicht... Wenn jetzt keine andere Aussage kommt, werde ich in den nächsten Stage mal in diese Stage hier reingucken. Und... Ja. Das war's von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.